Sie wollen die wunderschöne Landschaft des Münsterlandes erkunden? Die Westfalenmetropole Münster besuchen? Idyllische Ortschaften entdecken? Das familiär geführte Hotel zur Bewer bietet Ihnen hierfür den idealen Ausgangspunkt. Herzlich Willkommen! Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren gemütlich eingerichteten und modern designten Zimmern. Alle Zimmer verfügen über kostenloses WLAN, einige sogar über eine kleine separate Küche. Sowohl kostenfreie Parkplätze als auch eine abschließbare Unterstellmöglichkeit für Ihre Fahrräder befinden sich direkt am Hotel. Perfekt für längere Aufenthalte bietet sich unsere 90 Quadratmeter große Ferienwohnung inklusive Küche und Balkon mit Platz für bis zu fünf Erwachsenen und zwei Kindern an. Im Hotel zur Bewer möchten wir ein Zeichen setzen für Nachhaltigkeit und gegen Massentierhaltung. Deswegen beziehen wir einen Großteil der Produkte für unser Frühstücksbuffet lokal und natürlich produziert, fair gehandelt und wenn möglich in Bio-Qualität. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich der Gasthof zur Bewer. Hier können Sie sich auf ein vielfältiges Angebot an regionalen Köstlichkeiten freuen. Gerade der Biergarten direkt an der Bewer lädt ideal zum Entspannen ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017